moin moin und herzlich willkommen zurück zu die elder scrolls arena wir sind jetzt in der dritten ebene vom tempel des agamanus und ja unsere heiltränke wenn wir immer schauen die sind hier jetzt ordentlich zu nahe gegangen hier noch viele 42 wir hatten noch 100 gaben und da müssen wir jetzt schauen dass wir das hier irgendwie überstehen ohne dass das alles jetzt leer wird wie das wofür wir auch immer hier sind aber hier gibt es aber nichts super schnell schnell ganz schnell noch mal vielen und wenn und haben wir auch noch und noch irgendwie noch ein glück so aus zumindest nicht über diese mach es jetzt einfach ach nein die alle tot Feeling 2 Machen wir mal Oh Okay, den können wir nicht mehr mitnehmen Hier, noch So, dann können wir mal schauen Was wir wieder mal wegschmeißen können Den hier Ganz schön viele Feetail magisch Viel haben können Oh, können wir auch schon mitnehmen Langsam können wir nichts mehr Mitnehmen Steal Longsword Steal Longsword Gehts nirgendswohin Hier gehts nirgendswohin Gehts nirgendswohin Gehts nirgendswohin An Frag mich, ob wir dieses Healing Verbrauchen können Jetzt erstmal hier einen kleinen Zwischel. Nicht bei Spinnen. Wenn wir uns paralysieren, sind wir tot. Wenn wir vom Wasser sind. Ah, verdammt. Machen wir da. So, die haben nichts. Und mal schauen, wo wir sind. Relativ weit. Ich würde sagen, wir gehen auch weiter. Wieder diese Geister. Oh, noch mehr Schätze. Komm. Hin. Nicht mit. Mit denen mal. Dann können wir wieder was wegschmeißen, was wir nicht brauchen. So, hier den Playtime können wir droppen. Alter, wie viele magische Playtime es gibt. So, hier den Steel Longsword können. Ich glaube, das war schon langsam. Steel können wir nicht mehr mitnehmen. Schauen, was das ist. Den können wir auch nicht. Schauen wir mal. Das, was wir jetzt eingesammelt haben. Okay, den können wir droppen. Das, was wir hier jetzt nicht droppen können. Das heißt, wir könnten eigentlich hier nach direkt Richtung Haven wieder fahren. Ganz klar nach Medusa. Oder Medusa. Oder Meduse. Weiter. Ja, ja, ihr seid mir egal. Okay, jetzt kommen die hier an euch nicht vorbei. Alter, wie viele? Ich bin... Bayern? Nicht weiter. Wo muss ich? Wo muss ich? Muss durch? Ohne Sarkasse. Schauen. Nochmal nach Norden und dann. Hier ist auch noch eine Sarkasse. Wo bin ich hier gelandet? Hier geht es nirgendwo hin. Muss ich jetzt den ganzen Weg bis hier zu den Spinnen wieder schwimmen? Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Mache ich hier auch nochmal ein Save Game. Dann geben wir sogar noch nochmal einen Schluck. Und für den Fall, dass wir gleich wegen den Spinnen drauf gehen, weil wir paralysiert werden und dann ins Wasser fallen und dann elendig, räudig ertrinken. Dann... Hier gehen. Dann können wir zumindest da wieder... Ja, da haben wir es. Das wäre jetzt passiert, wären wir noch im Wasser gelabelt. Oder gewesen. Dann wären wir sogar noch ertrunken. Weil mich hätte da jetzt auch nichts ändern können, sobald ich halt noch im Wasser war. Hätte nichts drücken können oder so, zum Parallelisierung hier aufzuheben. Also nur ein Raum in einem Loch. Okay. Sonst gibt es hier gar nichts. Okay, die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist... Wo müssen wir hier hin? Da. Wie viele wir jetzt von denen getötet haben, müssen wir eigentlich jetzt ordentlich an XP verdienen. Ja, die kommen ohne Ende mittlerweile. Da ist wieder einer. Wie soll denn das? Da sind ganz schön viele. Da haben wir Lava. Mr. Lava, Lava. Gehenraum haben wir. Bleibt nichts anderes über, als hier lang zu gehen. Oder da. Entführt. Ah. Den Typen wieder. Wo sind deine Freunde? Sag an. Wo sind sie? Wo hast du sie gelassen? So, nochmal heilen. Hier geht es mir aber auch ein bisschen jetzt mittlerweile auf dem Tag. Und den konnten wir noch mitnehmen. Power Shield können wir nicht mehr mitnehmen. Und hier. Volks können wir auch nicht mehr mitnehmen. Nein. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas machen. Elfenhelm lassen wir auf jeden Fall. Den können wir troppen. Okay. Das heißt, wir schauen uns den da an. Ne, warte. Den hier. Vor Ex. Schauen wir mal an, ob der magisch ist oder nicht. Wenn nicht, schmeißen wir den weg. Der ist nicht magisch. Können wir mal, ob der magisch ist. Power Shield, ob der magisch ist. Ich glaube, ich würde sagen, wenn wir hier noch zwei, drei magische Dinger finden, eventuell, da können wir auch den Elfen helfen. Den können wir wegschmeißen. Elfenhelm. Die Dinger, die sind alle magisch, die sind wahrscheinlich mehr wert, als der Elf. Wenn wir noch ein bisschen mehr tragen, hier. 34 Potions. Ist zwar jetzt schade um den Elfenhelm. Was soll ich machen? Gehen wir weiter Richtung Süden oder? Komm, wir gehen Süden. Hier machen wir nochmal ein Safe Game. Um ganz sicher zu gehen. Nicht auf der anderen Seite irgendwo eine Spinne ist. Und uns dann im Wasser noch paralysiert oder so. Ich komme hier nicht weiter. Ich komme hier nicht weiter. Ich will was nicht. Wie geht das? Wie ich da nicht sehen kann? Schade. Ich kann mich nicht dahin bewegen. Hier kann ich weiter. Okay. Und hier gibt's nichts. Ja, hat sich gelohnt, eh? So, dann müssen wir noch einmal hier Stamina auffüllen. Einmal. Wir sind wieder erweitert. Deswegen gab's ja noch einen. Links weit? Rechts und dann wieder links. Sah dann geradeaus. Oh. Ah. Und wieder. Gucken wir mal an, ob das magisch ist oder nicht. Ansonsten weg. Nee, der ist nicht magisch. Ja. Und diese ganzen Potions hier. Verdammt viel. Die wir mittlerweile hier auf Tasche haben. Nicht weiter oben. Vielleicht dann hier. Ich glaube, es hat schon was mit dem Lava hier zu tun. Dem Lava. Mit der Lava. Oder mit der Lava. Nein. Ach. Nein. Nein. Die einen Rauf. Begin with E2. Oh, das ist sogar cool hier. Mit einer Brücke und nichts, hier geht es sonst auch nicht. Ja, ist das dein Ernst? Oh, das ist interessant mit dem Loch. Ich würde sagen, hier auch nochmals. Ah, okay. Hier unten überleben wir. Komm. Okay. Ah, aber der ist immer ein Tod. Und spinnen irgendwo. Gott. In Ernst, da hinten. Geister mittler. Warhammer können wir nicht mittragen. Dann schauen wir das. Red Shield weg. Haben wir nichts? Was? Hier geht es nicht mehr weiter. Hier geht es nicht mehr weiter. Na dann lachen. Hier geht es nicht mehr weiter. Hier geht es nicht mehr weiter. So funktioniert es. Muss ich hin? Rechnen geradeaus. Wenn die ganzen Fliecher hier gehen, gehen alle mehr runter. Um eindeutig zu viele Gegner an. Alle fünf Sekunden habe ich einen neuen Gegner hier. Hier hin. Nichts. Mittlerweile habe ich das Gefühl, ich muss hier tauchen. Dann speichern wir hier auch noch einmal. Also nicht tauchen, sondern schwimmen. Bleibt nichts anderes über glaube ich mittlerweile. Ich habe mittlerweile den Verdacht, das was ich suche ist irgendwo hier. Irgendwo. Dann haben wir hier oben alles erbunden. Ja. Einmal Stamina nochmal auffüllen. Okay. Hallo. Warum kann ich hier nicht durch? Kann ich hier nicht durch? Und das Scheiß. Hier komme ich nicht durch. Ist ja blöd. Und wieder einer, wo ich nicht durch kann. Ah, wenigstens wieder eine Truhe. Ich habe die Gegner hier nicht durch. Ich habe den Gegner hier nicht. Wir brauchen wieder... State Boots... Mal... Ja, den schmeißen wir dann weg. Nein, nicht der Plate, sondern die Plate Boots. Machen wir hier auch nochmal wieder ein Safe Game. Wir gehen ein bisschen mal weiter. Schauen wir, was wir da noch finden. Ein Weg, wo wir nicht durch können. Ja, nicht durch. Ah, wie das nervt. Ich bin ja richtig verbuggt an diesen Steinen. Hier können wir auch noch ganz schnell das holen, was wir hier vorhin geholt hatten. Geben denen auch nochmal ein paar Dresche. Teilen. Äh, was? Und... Healing. Hallo, Healing. Jega, was ist denn mit dem Healing? Und hier gab's. Gut. Weiter. Genau. Wir müssen da gleich gerade. So ein Gefühl, hier ist das jetzt gleich die Stelle, wo wir ja vorhin gestorben sind. Was ich vielleicht da hätte für was bei dir ansonsten. Wie, jetzt komme ich hier jetzt auch nicht durch? Was soll denn das? Hä, was soll denn das? Warum komme ich hier nicht durch? Warum kann ich hier jetzt nicht durch? Und ich muss hier hin. Ich komme hier nicht durch. Was soll denn das? Ach, ne, ne? Ich muss hier hin, dass ich da nochmal bin. Dann kommen wir hier jetzt doch durch. Auch nicht. Rau mir aufs Maul, während ich hier nicht durch kann. Das denn jetzt aber für'n Beschiss? Weitem? Ha? Ne, doch nicht. Digga. Kann doch nicht sein. Ich würde sagen, wir gehen da mal ganz kurz an Land. Ich mache einen kleinen Cut. Ich mache ein Save Game und lade das Spiel nochmal neu. Ich mache hier dann mal ein Save Game. So. Den hier. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann sind wir nochmal. Versuche es noch einmal, dass wir da durch könnten. Ansonsten sehe ich zu, dass wir nochmal einen älteren Spielstand laden. Kommen wir nicht durch. So, noch ein Flaminar. Und wenn das hier jetzt nicht klappt, werde ich dann halt einen älteren Spielstand laden. Komm, der richtige Weg. Damit wir da zumindest jetzt durch. Geißer gehen wir jetzt. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. So jetzt richtig. Müssten wir. Ach nee, komm schon. Warum kann ich hier jetzt nicht durch? So. Guck mal, vielleicht ist hier einer. Hat mit Passwort zu tun oder sogar. Geht mich jetzt gerade richtig auf den Sack. Hier nicht durch können. So. 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 Irgendeins muss doch funktionieren. Den Trinken. Stamina. Nochmal kurz. Stamina. Warum funktioniert es nicht? Komm schon. Ich gehe hier fest. Ich schwimm mal nochmal kurz irgendwo hin, wo ich das nicht hinstellen kann. Dann würde ich sagen, ich laden einen älteren Spielstand. Und dann hoffentlich funktioniert das. Mit dem ganzen Abkommission nochmal machen. Dauerlicherweise. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's. Euer Max Deus. Und... No. Ich bin's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020